Also ich fühle mich hier wie zu Hause, so mit Natur, die schönen Blumen, Meer, sehr grün und blau, gelohnt auf jeden Feier. Und dann besonders bei dieser Matrixrunde, wir waren zu viert und so tief miteinander verbunden, das ist wahrscheinlich eine sehr lange Beziehung schon. Und was die anderen erlebt haben, das haben wir uns auch erlebt und resoniert. Und wenn jemand etwas passiert ist, dann hat es uns auch geholfen. Also diese vielen Energien, die Welle, Leichtigkeit. Ich habe erlebt, also zum Beispiel so körperlich, wie die Beine leicht geworden sind. Meine Wirbelsäule ist gerade geworden. Mein ganzer linker Fuß, das kann ich mit allen fünf Zehen den Boden spüren. Früher war das nicht. Und als ich drin war in dieser Energie, dann habe ich mich wirklich so in meiner Mitte gespürt. Und meine Augen sind aufgegangen. Und ich habe nicht gewusst, dass ich sowas kann. Aber ich habe berührt, etwas berührt an ihm dann. Also diese Fähigkeit habe ich schon mal gehabt, dass ich das gespürt habe, dass es da keine gute Energien sind, dass es da wehtut. Aber jetzt, ich habe einfach an diese schwarzen Stellen gedacht und dann haben sie sich auch von sich selbst aufgelöst. Ich habe keinen zweiten Punkt gebraucht eigentlich oder nur visualisiert, dass da oben etwas ist. Und die schwarzen Stellen haben sich aufgelöst und es ist lila geworden. Also zu deinen Personen, ich sehe dich immer wie eine Elfe. Nein, wirklich. Und diese Spaß, Leichtigkeit, Lebensfreunde, das bewundere ich echt. Und bei Armin diese tiefe Ruhe und diese Weisheit. Die Quelle ist, wenn ich hier die Energien spüre. Also Seminare auf jeden Fall. Aber Kurschuh würde ich mir empfehlen. Also was ich erfahren habe in einem Seminar. Also waren auch Leute dabei, die vielleicht daran nicht so geglaubt haben. Die so zurückhaltend waren. Und dieses Feld hat nicht so viel erlaubt wie hier. Aber hier diese, also die Natur, die ganze Energie und die Menschen selbst, dass wir so gleich sind und dass hier alles erlaubt ist und hochkommen darf. Also das war viel anders als im Seminar. Und das war viel anders als im Seminar.